Einer der größten Erfinder aller Zeiten Nikola Tesla, das Genie, das die Welt erleuchtet, sagte einmal, wenn Sie die Geheimnisse des Universums entdecken möchten, denken Sie an Energie, Frequenz und Vibration. Angenommen, Sie hören Radio in Ihrem Auto und mögen die Musik, die Sie hören, nicht. Was tun Sie? Sie ändern die Frequenz. Was viele Menschen nicht erkennen, ist, dass wir unsere Frequenzen auf die gleiche Weise steuern können. Wir tendieren dazu, die Anatomie unseres Körpers auf eine vereinfachte Version zu reduzieren, die nur aus Fleisch und Blut besteht. Aber alles auf diesem Planeten, Tiere, Pflanzen und Wasser, bestehen aus Atomen, die Energie produzieren, imitieren und empfangen, die mit einer bestimmten Frequenz arbeitet. Alles, all unsere Gewebe, Zellen, Organe, Emotionen und Gedankenmuster, haben ihre eigenen elektromagnetischen Felder. Ebenso wie Allergene, Viren oder Bakterien. Alle Dinge haben eine Frequenz, einschließlich Sie, dem menschlichen Körper. Sie möchten immer gesund, aktiv und ausgeglichen sein. Das macht Heli aus. Ein zertifiziertes, tragbares Gerät mit einem Quantensensor, der individuell bestimmte Frequenzen verwendet, um bestimmte Bereiche des Körpers zu stimulieren. Forscher wie Dr. Carolyn McMacken und Nuno Nina haben in ihrer klinischen Praxis die Wirkung von zehntausenden solcher Frequenzen untersucht und getestet. Das Ergebnis dieser jahrzehntelangen Erfahrung steht Ihnen nun mit 144.000 Goldfrequenzen den ganzen Tag zur Verfügung. Mit einer intuitiven App, die die Zukunft in Ihre Hände legt. Es ist keine Science-Fiction, sondern Wissenschaft. Heli 10.000 Goldfrequenzen Du Gott